Mein Themenfeld in der Jugendpolitik war deshalb sehr interessant, weil ich so viele Schulklassen, so viele Jugendverbände getroffen habe und sie auch motivieren wollte, selbst in die Politik zu gehen und an einem gemeinsamen Bayern mitzuarbeiten. Ein weiteres tolles Themenfeld für mich war die Energiewende, die die Freien Wähler in Gänse in Bayern mitgetragen haben, dass wir in diese Energiewende einsteigen, die jetzt eine Herkulesaufgabe ist, aber in der wir immer klar als Freie Wählerposition bezogen haben. Vielen Dank.